Wir haben kaum Tiere gefunden. Aber normalerweise wären da jetzt so viele Tiere. Es gibt Bären, Diger, Löwen. Es gibt es Löwen, ich glaube es gibt sogar Löwen. Fische. Und wir haben ein paar Heuschrecken. Ein, zwei, drei, vier. An alle, die jetzt nicht wissen, was ich baue gerade. Ich baue einen Brunnen und jetzt muss ich springen, bevor es Nacht wird. Weil ich da keinen Bock drauf habe. Außerdem habe ich eh genug Essen. Ich will jetzt nämlich Weizen anbauen und mit dem Weizen kann ich die Schafe erlocken. Dann habe ich genug Schafe um die... um mich zu versorgen. Ich gehe mal pennen. Gute Nacht. Gut. Sind wir auch schon wieder da? So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei, drei, drei. Zwei, drei. Äh... Das, 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 das. Das, 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 das. Das macht die Schaufel. Ach so. Oh. Das war jetzt richtig dumm, was ich gemacht habe. Schnell Wasser. Wassermarsch. Bevor das vertrocknet alles. Das ist Arbeit. Und da geht die Hacke kaputt und die brauchen wir noch. Also ob es so schlimm wäre, so Stein zu finden, aber... Trotzdem... Kommen wir jetzt noch zweimal, bitte. Einmal. Schwupp. Die Wupp. Dann haben wir das auch. Falsche Taste. So. Dann habe ich das auch gemacht. Feld, 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 Feld. Das war falsch. Sodass das geht, dass man drauf springen kann. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, ich habe noch einen vierten. Äh... Hier habe ich nochmal 20 Samen. Da, 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 da. Da, 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 da. Und jetzt hole ich mir noch ein paar Samen. er sahen zwei drei so jetzt kommen noch ein paar waren jetzt auch anbieter dann bestellen bitte noch mehr danke 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 jetzt kommen noch mehr bitte danke 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 vielleicht so viele zehn stück schulden sie stück ist hier voll schnell aber dafür haben wir kein Gras mehr 6 4 5 6 1 2 3 4 habe ich hier ein bisschen Prozent ich habe auch nur noch 13 Kohle ich will mal jetzt die Welt erkunden gehen und schauen ob ich irgendein Tier die Zeit darauf hin was neu dazu gekommen ist ich habe ganz normale und auf dem Weg kann ich gleich noch Kohle suchen es ist nicht mal schlecht dann gut bin ich nicht so weit runtergefallen normalerweise gäbe es Vögel oder so aber es gibt ja gar nichts gerade das sieht auch nicht schön aus Option ähm Grafikeinstellungen G-Bewegung V-Sink rotierende Texturen äh ok Wolken an das sieht dann schön aus 3D-Effekt aus Grafikemodus Grafikemodus schön fertig so dann sieht es auch schon mal schöner aus wieso habe ich den wieso habe ich den eigentlich auf schnell gehabt aber jetzt rückelts na toll komm stell dich auf schön rückelts normalerweise rückelts nie dabei das gibt es doch nicht wieso rückelt das so ähm da sollten wir eigentlich bald zu der Klippe kommen aber es kann nicht sein dass wir auf dem ganzen Weg kein einziges Tier finden was neu dazugekommen ist es muss alleine nachts welche geben und so weiter das gibt es eh schon den Hasen es muss doch irgendein scheiß Tier geben was wir finden können ähm hier ist die Klippe da ist leider kein Wasser wo ich gerade bin sonst würde ich da wahrscheinlich sofort runterklettern und die Kohle holen aber es gibt halt kein Wasser das kann nicht sein äh Huhn tot Huhn tot Huhn tot Huhn tot Huhn zwei Hühner sogar tot und ach drei sogar tot und tot und vier tot fünf tot da hinten war noch eins ich weiß aber ich ignoriere es jetzt einfach mal ich muss nur halbwegs den Weg behalten das kann nicht sein dann gucken wir mal kurz Game Mode 1 es gibt auf jeden Fall die Tiere ich frage mich zwar warum sie nicht spawnen aber es gibt sie jetzt kriege ich hier die ganze Blumen ich frage mich zwar warum aber ich kriege sie so äh so äh so Scheiß Hühner die bestimmte Böse wollen mich umbringen ganz hilfreich hinterhältig sind sie da war ein Monster ein einziges Monster was von Moe Creatures war und dann die Heuschrecken mehr war da glaube ich nicht es sei denn ich war einfach zu blöd und hab's nicht gesehen und sie hat immer noch keine Tiere obwohl sie die ganze vor meiner Nase sind was jetzt was jetzt nicht annehmen aber was natürlich möglich ist bei mir äh ich weiß nicht was das für ein Gestein ist ich mache jetzt einen Testversuch Resource Pack hier ist hier ist mein das könnte sein dass es daran liegt dass es verpackt ist ich habe leider kein anderes Texture Pack deswegen müsste ich jetzt ganz normal spielen ähm weil das Texture Pack nur auf 1.7 läuft aber es röckelt auch so äh so fertig dann lädts jetzt und 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 lädts jetzt ja es lädts immer noch es lädts und es hat fertig geladen jetzt gehe ich wieder auf die Bäume auf die Baumkronen Tiere Monster Boah mir wäre hier alles recht ich will nur irgendeinen Scheiß Tier sehen sonst hat's nicht sogar auf sie gelohnt diesen Magritte erst mal zu downloaden wisst ihr was wenn ich jetzt wieder zu hause bin dann reicht's mir dann setze ich einen Cut äh und kümmere mich darum dass hier was gespawnt ist sonst regt das richtig auf muss ich irgendwie schauen was da so schief läuft und dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich ein paar Monster irgendwie hingekriegt habe da sind ein paar Monster beziehungsweise nette Viecher beziehungsweise alles spawnend halt hier ist jetzt wieder ein Viech das das Scheiß Geräusche hat so gut dann seid ihr den Cut wir sehen uns gleich wieder bis dann tschüss ne Vielen Dank.